Huch! Entschuldigung! Kann ich gleich wieder rappuschieren! Pass auf! Ah! Der ist ins Auto gelaufen! Ich hab's genau gesehen! Den hab ich doch verpasst! Mit dem Cock zuerst, denn ist der seitlich reingelaufen! Der ist hier mit Anlauf von der Seite reingelaufen! War ein Selbstmörder! Der Auge hier enttäuscht! Boah! Warum? Weil der Wendekreis größer war als gedacht gerade! Jep! Stimmt, Steffi hat den genommen! Frau Reha hat Angst sich zu verfahren! Au! Ich hab Angst, dass ich geblitzt werde, deswegen fahr ich einfach gar nicht! Ich brauch noch aussteigen! Warum? Ups! Ich hab eher eine Angstleела! Ich hab noch mal fett, ich hab noch keinen. Ich hab das Angst! Und dann, wir brauchen das Angst! Ich hab auch wieder hast!